jo leute und damit willkommen zurück zu plants zombies oder plants vs zombies pflanzen gegen zombies was auch immer beim letzten mal weiß ich gar nicht wo ich stehen geblieben bin weil es schon ein bisschen wieder her wo ich das letzte mal gezockt habe naja egal machen wir einfach gleich weiter bevor ich hier zu viel durch die gegend quatsch nachher ist es noch ein abend sind uns die zombies geben einfach nicht auf was du wirst sehen dass es einen unterschied macht ob du die tags oder nass zu bekämpft sprach viel fdw keine ahnung gab mir egal bei nass fallen nämlich keine nass fallen nämlich keine sommer sonnen vom himmel mein gott noch mal nass fallen nämlich keine sonnen von himmel du bekommst aber trotzdem welche durch sonnenblumen und zum glück hast du ja auch noch ein paar pustepilze pflanzen davon meine sprache ich kann heute echt nicht lesen pflanze davon so viel wie möglich dann ist alles paletti so redet der die zack zack wohl warte mal zack 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 den ich würde sagen den so und grab steine ich weiß jetzt schon was da passiert ach man das wird ja ätzend das geht eigentlich schnell dass die wieder auftauchen und natürlich da wo keiner ist hier macht doch mal produziert auch mal sonne mach hinne los jetzt bewegung wie lange dauert das denn willst du mich verarschen geht doch ich hätte noch ein zweiter hin tun können kommt sonne 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 ja kommt fressig schaffst du aber nicht ha 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 platt so geht das einfach hinsetzen kurz an knabbern lassen und sterben hier die sonne ne das dauert so verdammt lange grad dass wir sonne kriegen und alles verkaufen können machen wir so sagt h genau richtig gesetzt das ist gut okay jetzt haben wir vier stück sind dass wir da noch hin das level ist eigentlich recht schnell zähne kommen und kohle wir kriegen jetzt auch geld dazu so na komm her komm du kriegst auch noch einen dritten ab zack zack so so ich lasse noch eine oh komm schon komm du kriegst auch die nächsten ab zack ich kann auch die setzen aber brauche ich gerade gar nicht so wirklich zack brains brains animisch ja ich habe einen schaden das weiß ich komm hier knappe es tut da brauchen wir auch noch eine so die bräuchte ich eigentlich noch nicht so wirklich komm weg damit machen wir das so noch eine sonnenblume jetzt kriegen wir das sonnenlicht k.o. bevor er ankommt ist auch gut kommen jetzt haben wir alle sonnenblumen das können wir sonne sammeln zack den setzen auch da unten hin und jetzt kommt die welle und ich habe noch nicht mal von den eisblumen welche ist nicht so toll komm 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 besonders deswegen man hier kannst du essen noch mehr sonne obwohl ich habe gleich gewonnen ja kann es auch noch haben und das war es schon auch gut so schnell gewinnt man ja auch super sonnenpilz gibt ihr zurzeit zuerst kleine später normale sonne die tüte 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 hey du hast schon münzen für 270 euro gesammelt wenn du sie mal 50 euro zusammen hast verkaufe ich dir was echt feines ja da mache ja auch weil ich dann auch so bestimmt so zack 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 machen wir das mal so auf die plätze fertig los die tüte 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 aber die kommen ganz schnell tüte 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 na wo kommt der wort noch moment na wo kommst du da oben kann ich da noch einsetzen so so kommen wir spuckt ihn zu tode So, der ist gleich platt. Ah, da oben kommt gleich der Nächste. Auch gut gesetzt. Zack, zack. So. Haben wir auch gleich alle gesetzt. Zack. Zack, da haben wir noch so ein Pilzchen. Ah, das war Kohle. Zack, zack. Noch mehr Sonne. Den haben wir da mit hin. Können wir ja gerade eben machen. Zack, zack. Guck mal da. Machen wir das letzte Mal so. Obwohl das war falsch gesetzt eigentlich. Mist. Naja. Och nö, nicht so ein Helm-Fuzzi. Und komm, was ist das mal so knabbern. Dö, dö. Dö, dö, dö. Dö, dö, dö. Zack. Ja, von den Pilzen hat sie eh keine mehr jetzt. Zack. War das so? Ah, guck mal, ein großer. Einer ist schon gewachsen. So. Yay. Machen wir hier unten auch. Zack. Zack. Ah, da ist noch einer groß. Das ist gut. Dö, dö. Dö, 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 dö. Zack, zack. Ha, noch ein großer. So, du kriegst den noch ab. Aber zwei Wellen haben wir jetzt. Das wird mies. So. Zack. 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 Machen wir das so. Da haben wir noch so einen hin. Haha. Dö, 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 dö. Wir machen was. Zack. War Verschwendung, aber naja. So. Ach, das soll ja eigentlich so sein, wie es soll. Aber eigentlich hätte ich auch eine Eisblume hinsetzen können. Ich Idiot. Zack. Die haben wir auch. So. Jetzt brauchen wir nur noch mehr Sonne. Die haben wir da alle sitzen. Können wir da noch eine hinsetzen? Zack. Na, wo kommt die Wupp? Ach so, da kommt der eh überall. Ach, ich Idiot. Na, guck mal, alle sind groß. Komm hier, hast du das so knabbern. Zack, zack. So. Ah, da muss eine hin. Komm, einer noch. Ah. Zack. Haha. Wird wohl nicht so wirklich was, ne? Ah, da oben muss noch eine zum Verlangsamen hin. Mann, ey. Komm, nehmen wir den noch dazu. Kostet der zum Glück nix. So. Okay. Machen wir auch gleich alles voller Eisblumen. Bevor die nächste Welle schon kommt. So. Ah, guck mal. 2, 340 haben wir jetzt. Ähm. Zack, zack. 300 oder 570 meinte er. Weiß ich gar nicht mehr. Haha. Shit. Dö, 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 dö. Zack. Oh, guck mal. Nein. Falsch abgebaut. Mist. So, was kann auch nir- mir passieren. Ätzend. Komm. So. Toll. Mann, ey. Machen wir das so. Voll falsch abgebaut. Yay. Super. Mann, ey. Ätzend. Wenn man zu schnell klickt, würde ich sagen. Egal. Passiert halt. Kann man nix machen. Nix dran ändern. Zack. Zack. Guck mal, nochmal Geld. Yay. So. Kommt. Noch mehr, Sonne. Ich brauch noch mehr. Ich brauch nochmal Geld. Noch einer. Komm. Zack. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Den setzen wir da hin noch. So. Ah, die Welle. Ah, guck mal. Zack, zack. Äh. Den setzen wir da noch hin. Zack, zack, zack. So. Fallert sie alle ab. Auf die Fresse mit denen. Gehen. Zack. So. Zack. Sind ja eh gleich erledigt. Yay. Oh, geschafft. Und das Level ist auch erledigt. Wir kriegen unsere Überraschung, ne? Stinkpilz. Verströmt giftige Dämpfe. Die Fliegen... Äh. Die Fliegen geht da durchdringen. Ich mit meiner Sprache heute echt. Haus von Zyndusblick. Na, 570 war das, ne? Ach, keine Ahnung. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich die da nehmen soll oder die hier wieder. Gib dir ein extra. Ach, komm. Obwohl, die stehen ja schneller. Kf, 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 kf. Geben das aber weniger, ne? Hm. Komm, ich mach das nochmal so. 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 So, so. Ups. Zack, zack, zack. Zack, zack. Los geht's. Wieder mit den scheiß Grabsteinen. Yay. Ich kann kratzen. Düt, düt, düt. Ähm. Ja, mach ich jetzt mal hier hin. Zack. Er gibt 15. Na ja, wohl. 30. Geht eigentlich. Dann gibt's gleich 20. Und so. Brains. Brains. Komm. Sonne. Geht doch. Nochmal Sonne. Yay. Zack. So. Ah, ne. Ich könnte mal davon auch drei Reihen aufstellen, aber das ist...